Hallo und herzlich willkommen auf der Caravan in Düsseldorf. Wir schauen uns heute ein paar Fahrzeuge an und wollen einfach mal schauen, welche Neuerungen es dieses Jahr für uns und für euch gibt. Also, let's go! Mobile House Tiny House. Ja, hat ein Spitzdach mit einem Dachfenster. Gucken wir uns mal von drinnen an. Ja, hier ist ein schöner Schreibtisch, kann man auch wunderbar rausgucken. Riesen Fenster. Ja, gut gemacht. Kleine Lounge hier. Kleine Miniküche. Kleine Küche, aber absolut ausreichend. Hat ja alles was man haben will. Zwei Kopfhörer. Dann haben wir eine Spüle. Wo ist das die Küche bei uns auch nicht? Ne, das stimmt. Ja, wenn man möchte, kann man hier noch einen Fernseher installieren, sodass man, wenn man auf die Lounge ist, dann auch Fernseher gucken kann. Schön, gut gemacht. Ein schönes Badezimmer, ne? Ja, schön, ja. Ja, mit einem Fenster drin. Also, das ist für die Süß gemacht. Und eine schöne große Dusche. Ja, ich nehme mal an. Es ist zugemacht, aber es ist das Bett. Ja, und hier ist so ein Klappbett, genau. Ja, wo man dann ausraten kann, so schlafen kann. Also, zwei Personen, absolut ausreichend. Da oben ist, denke ich mal, auch noch haben sie auch zugemacht, ne? Ach nee. Ist ein Kleiderschrank, genau, ein großer. Ja, und dann hat man hier noch Fächer und ein Ende oben drauf. Kommen auch noch was. Und man hat eine Veranda hier draußen, ne? Richtung Bett. Ja. Ja, so dass man dann morgens rausgehen kann. Klein, aber fein, ne? Die zwei Personen. Schön gemacht.